Heute in den Hofgeschichten. Nach vier Jahren Corona-Pause wird auf Hofberg endlich wieder groß gefeiert. Das ist quasi die Wohlfühlernte vom ganzen Jahr. Johannes Bercht kann sich noch gut an seine Ausbildungszeit erinnern. Ich war auch mal anstrengend. Da haben sich in meinem Fall drei Lehrherren sozusagen ein bisschen die Zähne ausgebissen. Gern gesehener Besuch auf dem Mühlenhof in Zeppelin. Mit 20 Jahren bin ich angefangen hier in der Buchhaltung und mit 70 Jahren habe ich in der Buchhaltung aufgehört. Und in Hamburg-Ochsenberda ist Erntezeit für die Parzellenbesitzer. Ein Hobby, was man aufessen kann. Das ist einfach super. Danau in Schleswig-Holstein. Auf Hofberg ist heute ein ganz besonderer und wichtiger Tag. Das erste Hoffest seit vier Jahren. Bis zur letzten Sekunde laufen die Vorbereitungen. Super, super. Hier gehen die Leute lang. Und dann hier noch so ein Teppich, dass die Leute da einmal reingucken können. Julia hat gestern noch Treppen gefegt, Beete geschnitten, Blumen gepflanzt, Schilder geschrieben und einiges mehr. Heute ist sie für den Infostand zuständig. Das mache ich mit Jannis, mein Retter in der Not und Katharina. Das sind die, die sozusagen die Verteiler sind auf dem Hof und alle Herausforderungen und Fragen versuchen abzudecken. Und Julia beruhigen. Ich bin überhaupt nicht gestresst. Julia ist die Ruhe selbst. Hä, komm schon. Es gibt viel hibbeligere Leute. Das stimmt. Das Adrenalin ist berechtigt. Immerhin hoffen sie auf mehr als 1000 Besucher. Aber heute öffnen noch zwei weitere Bio-Höfe in Schleswig-Holstein ihre Türen. Sie müssen also was bieten. Julia hat sich ein Quiz überlegt. Hier sind Gewürze drin, die wir in der Käserei benutzen. Da muss man dran riechen und rausfinden, was es ist. Das ist nicht Karrie. Doch. Wir verraten nichts, ne? Wir sagen nichts zu da. Altbauer Albert Teschemacher sorgt mit der Hofbär-Kombo für den musikalischen Auftakt. Nebenan gibt René am Kupferkessel alles. Er erklärt das Käse. Und mit dem Schneiden, da wird entschieden, ob wir einen Weichkäse oder einen Schnittkäse oder einen Hartkäse machen. Weil was diese Käse unterscheidet, ist ihr Gehalt an Molke beziehungsweise Wasser. Sein Sohn Laurin schwitzt ein paar Meter weiter am Imbissstand. Einmal Kammbeer und ich hab noch einmal Kartoffeln mit Quark. Ein Kammbeer fehlt da noch. Ein Kammbeer, bitte. Stress wie im Sternerestaurant. Aber macht ihm Spaß. Irgendwann mal, als wir gegrillt haben oder so, hab ich das gemacht. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, das beim Hoffest auch zu machen. Gegenüber hat Rune Teschemacher die Bratwürste im Griff. Läuft ganz gut. Ist ein bisschen viel los. Ja, aber richtig Spaß. Maike Teschemacher hingegen muss Hackengas geben. Ich hab gesagt, ich löse die ab, ne? Und bin natürlich nicht rechtzeitig da. Immer das Gleiche. Sie sollte schon längst beim Ponyreiten helfen. Ha, ich sehe, jetzt ist Leonie schon da. Das ist auch klasse. Hey, und hat übernommen. Richtig gut. Dann macht Leonie nämlich ein bisschen mehr gleich. Ich werd sie mal fragen, ob das für sie okay ist. Leonie? Ja? Eigentlich bist du ja erst um halb eins dran. Ist das für dich in Ordnung? Ja, klar. Dann bist du Rika. Cool. Hey, super. Richtig gut, dass ihr das macht. Weil ich nämlich gesagt hab, ich komm und löse ab. Und dann komm ich nicht. Es ist immer wieder peinlich. Aber hilft ja nichts. Ihr macht das super. Sie kann durchatmen. So wie die Gäste an der Bühne. Dort singt gerade Stargast Matthias Stürwoldt. Ein Landwirt aus den ersten Hofgeschichten. Und er singt nicht nur vom Rundballenfahren, sondern erzählt gleich noch, warum er mal Falks Vorbild war. Auf dem Biohub Bercht in Baden-Hausen am Harz muss der Luftfilter vom alten Casedrecker gewechselt werden. Hofchef Johannes zeigt seinem 16-jährigen Praktikanten Basti, was ein Landwirt neben Ackerbau und Viehzucht noch so alles können muss. Wenn wir jetzt schon einmal den Luftfilter neu machen, den holen wir auf der anderen Seite hier raus, dann gucken wir gleich Kühlwasser, Kailriemen und Öl, dass der Kailriemen genug gespannt ist. Motor kennt sich ein bisschen mit aus. Was ist was? Das ist der Kailriemen. Was ist das hier? Lichtmaschine? Ja, stimmt. Ganz wichtig vorne der Kühler, der muss auch immer sauber sein. Und den pusten wir auch gleich nochmal aus. Hier ist der Luftfilter, Ansaugung. Und genau, wenn du von der anderen Seite hier guckst, Kompressor, Einspritzpumpe, Anlasser. Willst du den ausbauen, den Luftfilter? Ja, kann ich probieren. Ja, zumindest muss man so die grundlegenden Dinge kennen. Also als Landwirt so ein Luftfilter tauschen oder sowas, dann musst du nicht in der Werkstatt fahren. Das tut nicht Not. Gut. Ja, ich finde alte Trecker auch cool, mir macht das Spaß und einen alten Trecker kann man nie genug haben. Die müssen einfach gesammelt werden und natürlich muss man sich auch um jeden Trecker kümmern. Jeder Trecker muss alle zwei Jahre zum TÜV. Jeder Trecker hat eine Lichtmaschine, hat eine Batterie, alles geht irgendwann mal kaputt und ja, demnach ist da auch viel Arbeit bei. Hast du rausbekommen? Ja. Gut, jetzt musst du, glaube ich, das ist 22 oder sowas. Den musst du jetzt mal auch nochmal organisieren. Und ich organisiere mal ein Edding und dann können wir da auch wieder alles draufschreiben, wann der gewechselt ist, wie viele Stunden der hat und dann können wir auch ein bisschen gucken, wie viele Stunden der in den letzten zwei Jahren gemacht hat. Passt doch nicht, 22. Ich finde, Wissen weitergeben ist total wichtig und mir wurde das irgendwann mal alles erzählt, also ich war auch mal anstrengend und da haben sich in meinem Fall drei Lehrherren sozusagen ein bisschen die Zähne ausgebissen. Zuerst in der Lindoburger Heide auf einem Lehrhof und ja, der hat sich ganz viel Mühe für mich gegeben und dann war ich hier in Seesen auf dem Lehrhof. Das war einmal Ackerbau und einmal Milchvieh und die beiden haben sich super Mühe gegeben und ja, ich mache das wohl weitergeben, ne? Also das macht schon Spaß. Ja, das sehe ich ganz. Passt. Schraube drauf, festziehen und dann können wir zumachen, können den Mischwagen hochfahren und dann geht es weiter. Mit dem Trecker geht es gleich los, wir wollen gleich noch Futter laden parallel. Ich lade Futter, Silas wendet, Lukas mäht, Basti, der guckt sich jetzt gleich das Füttern mit an und wenn dann die anderen wieder hier in der Nähe sind, kann Basti hier weiterarbeiten und ja, und ich muss noch Mittagessen machen, sonst arbeitet heute Nachmittag keiner. Dann wird hier gestreikt, glaube ich. Der Mühlenhof in Zeppelin hat sich für die Bio-Landpartie herausgeputzt. Alle Ökobetriebe in Mecklenburg-Vorpommern öffnen ihre Tore. Interessierte können sich vor Ort über die Arbeit in der Landwirtschaft informieren. Viele Bewohner aus dem Dorf sind gekommen, auch Renate Simon. Ich muss ja hierher, ne? Ja, unbedingt. Das ist ja mein zweites Zuhause. Das ist mein zweites Zuhause. Wichtigstes. Ich bin ja immer noch verbunden hiermit. Mit 20 Jahren bin ich angefangen hier in der Buchhaltung und mit 70 Jahren habe ich in der Buchhaltung aufgehört. Also das soll mal einer nachmachen, ne? Frau Simon war meine erste Mitarbeiterin und eigentlich wirklich die Anlaufstelle mit allen Sorgen und Nöten, die man hier so hat in der Anfangszeit, wenn man hier neu herkommt. Und dann ist man Wessi aus Bayern. Frau Simon war und ist nach wie vor der Anker. Und da bin ich sehr froh drum. Da freue ich mich auch zu und danke Ihnen auch, dass Sie so viel Vertrauen zu mir haben. Ja, weil Frau Simon hat hier ganz maßgeblich dazu beigetragen, dass wir hier Fuß gefasst haben. Wir waren wie eine Familie, sag ich mal. Ja, das sind wir aber immer noch. Immer noch wie eine Familie. Und das Feld, Frau Simon ist unsere Verpächterin auch. Also der Meister, der hier steht, steht in Teilen auf Flächen von Frau Simon, genau. Renate Simon wohnt gleich nebenan und verfolgt intensiv, wie Benedikt Gley arbeitet. Als er die ehemalige LPG-Pflanzenproduktion in Zeppelin übernahm, war sie dabei. Ich habe das ja alles miterlebt hier, den Umschwung und alles ging ja berg runter und so. Da warst du froh, dass aus den Altbundesländern diese Menschen sich das getraut haben, so einen Betrieb zu übernehmen. Denn wir haben ja hier im Ort, keiner hat das gewollt. Es hätten ja hier welche das auch machen können, aber es wollte ja keiner. Und da bist du dann schon froh und also es war schon gut so. Renate Simon wuchs mit Landwirtschaft auf. Wie viele Dörfler in der DDR bauten ihre Eltern nebenbei Gemüse an, hielten Vieh. Und die Kinder mussten alle helfen. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Melkt man über Kreuz oder so? Das weiß ich nicht mehr. Also wir haben es nicht über Kreuz gemacht. Aber links kriege ich nichts mehr raus. Nee, jetzt ist genug. Hast du für uns schon fertige, die ersten Würste von unseren Rindern, genau. Zur Landpartie präsentiert Benedikt Lai Bio-Lust-Bratwürste. Hergestellt vom Fleischwurstwarenbetrieb in Ludwigslust. Mit Fleisch von Mühlenhoftieren aus Zebelin. Das ist auch was Besonderes, dass wir einen Partnerbetrieb haben, der unsere Rinder verarbeitet und uns dann mit Würsten und Fleisch beliefert. Es ist einfach schön, wenn es enge, tragende Partnerschaften gibt und man das dann hier auch noch unseren Kunden, Freunden und Verpächtern und Wegbegleitern präsentieren kann. Das ist was Besonderes. Die nächsten Würste sind für die Mitarbeiter draußen auf den Feldern. Auch an Feiertagen wie diesen arbeiten die meisten wie gewohnt. Doreen Lorenz sorgt zumindest für die kulinarische Versorgung. Jetzt heißt es schnell losfahren, damit die Würste noch halbwegs warm bei den Mitarbeitern ankommen. Zurück in Schleswig-Holstein. Besucherandrang auf Hofberg. Das letzte Hoffest ist coronabedingt vier Jahre her. Heute wollen sie zeigen, dass sie es noch drauf haben, auch wenn es hier und da holpert. Einmal habe ich mich verkalkuliert mit meinem Zeitplan. Da hätte ich mich an zwei Orten gleichzeitig eingeplant. Jetzt muss ich gucken, dass ich auf den Trecker komme, weil die Leute seit einer Minute mit mir da schon wieder los wollen. Ich erzähle den Leuten was zum Hof und zu den Flächen, zu den Tieren. Alle 30 Minuten startet eine Rundtour mit Trecker. Erster Stopp, Ackerbohne und Mais. Der entwickelt aufgrund der Trockenheit, die wir zuerst hatten, auch nicht sein volles Potenzial, aber ist schon ziemlich dicht dran. Ich denke, 10 Prozent bis 20 Prozent weniger Ertrag als in einem perfekten Jahr. Aber ein perfektes Jahr haben wir auch nur alle zehn Jahre, wenn man mal ehrlich ist. Eine halbe Stunde dauert die Fahrt. Sie endet bei den Kühen. Für die Kuhscheiße seid ihr alle selber verantwortlich. Also nicht nur auf die Kuh achten. Mir ist das egal. Den Hänger kriegen wir auch wieder sauber. Auch mit Kuhscheiße. Idylle pur. Die Gäste lieben die Kombination aus dicht dran an den Kühen und Infos aus erster Hand. Wir kriegen so viel positives Feedback. Das ist einfach nur geil. Das ist quasi die Wohlfühlernte vom ganzen Jahr. Also das ist einfach nur ein Genuss. Im Hofgetümmel sind heute auch die Jüngsten von Hofberg im Einsatz. Sie verkaufen Eis und handgemachte Löffel. René gibt inzwischen eine weitere Hofführung. Doch die Besucher sind so zahlreich, dass Julia zusätzliche Führungen durch die Käserei übernimmt. Das ist richtig so eine Rückenarbeit, weil wir nennen das Horden, wo die drauf sind. Da müssen wir jeden einzelnen Käse, der wird nur mit einem Gummihandschuh, Wasser und das machen wir alles mit der Hand. Jeder einzelne wird mit der Hand geschmiert. Falk ist zurück. Aber die nächste Fahrt muss Maike übernehmen, denn er will unbedingt noch seinem Stargast Hallo sagen. Moin, Bauer. Hallo, Falk. Das ist ein richtiges Bauerfest hier. Lange nicht gesehen. Es ist ja tierisch was los hier. Richtiges Menschenbad, sag ich. Richtig wohlfühlbad. Matthias Stürwold war als Lehrling ein Jahr lang auf Hofberg. Da war Falk fünf Jahre alt. Wir haben damals auch Stroh gefahren. Da bin ich auf den Anhänger gegangen und hab dann die anfliegenden Klappen, Strohklappen, aufgefangen und hab sie weggepackt, damit sie noch auf den Hänger packen. Und Falk hat auf dem Träger gesessen und hat das irgendwie bewundert und kam nachher runter vom Träger und sagte, Matthias ist der stärkste Mann der Welt. Das kann ich jetzt auch machen, ja. Ein kurzer Schnack, dann geht's für Falk wieder ins Getümmel. Und schon jetzt ist klar, dieses Hoffest ist ein Erfolg. Ich bin happy. Ey, super Wetter, viele Leute. Ja, viele positive Rückmeldungen. Auch dank des Einsatzes von mehr als 80 Helfern. Und heute Abend gibt's für alle, die mitgeholfen haben, ein gemeinsames Essen als Dankeschön. Auf Hof Sandmann in Hamburg-Ochsenwerder läuft in den Biogärten die Ernte auf Hochtouren. In ihren grünen Oasen holen die Parzellenmieter jetzt ihre Gemüseschätze aus der Erde. Wir schneiden hier Palmkohl ab. Der ist eine Art Grünkohl, der nussiger schmeckt, ganz lecker ist. Kann man kochen, kann man braten. Ich habe Parzelle 57 auf der rechten Seite. Erstmal gehen wir hier die Reihen durch. Gucken, ob alles in Ordnung ist. Für Svanche und ihre beiden Töchter ist es die erste Gartensaison. Der schneidet man meistens, guck mal, so die Blätter ab. So, dass nur noch der Stängel da ist. Und den Stängel kann man klein schneiden, brät man an. Und wenn der fast durch ist, dann packst du die Blätter dazu. Die Stängel brauchen nämlich ein bisschen länger, um durchzugaren. Wusste nicht, was auf mich zukommt. Also ich habe mich ein bisschen eingelesen, was dann hier schon vorangebaut ist. Aber ich habe mir dann auch keinen Plan gemacht, weil ich wusste ja nicht, was kommt. Und bin dann wirklich hier einfach hergekommen und habe mich überraschen lassen. Und jetzt, vier Monate später, bin ich so angefixt, dass ich weiß, ich komme auf jeden Fall im nächsten Jahr wieder. Sie wohnen mitten in der City. Das ist so schön. Ich bin hier einfach mit mir selbst in Ruhe und genieße das total, dass es hier leise ist. Dass man manchmal irgendwie die Vögel hört, manchmal immer. Und es ist einfach schön, so ein richtiger Wohlfühlort. Ihre 45 Quadratmeter kosten 299 Euro für eine Saison. Alle Biogärten sind derzeit belegt. Conny berät die Hobbygärtner und pflegt auch die Demoparzelle. Die ist für unsere Parzellenmieterinnen und Mieter, damit die immer mal gucken können, wie es idealerweise wachsen soll. Und deswegen gibt es von allem, was wir hier anbieten, an Jungpflanzen und natürlich auch von den Pflanzen, die wir vorgesät haben und vorgepflanzt haben, gibt es hier immer ein Exemplar. Svanche ist in diesem Jahr sehr zufrieden. Auf meine Artischocke bin ich auch schon sehr gespannt. Ich habe nur eine gepflanzt, weil ich das als Experiment betrachtet habe. Und zum einen finde ich die Pflanze mega schön und zum anderen freue ich mich jetzt auch wirklich darauf, die Artischocken zu essen. Hi Svantje. Hi. Was ist das? Das soll Felssalat sein. Ah, er ist eventuell zu tief gesät und deswegen läuft er nicht so gut auf. Er muss mehr kämpfen, bis er nach oben kommt. Ja, hier kommt auch einer. Ja, genau. Also, wenn du Muße hast, dann zupf mal so vorsichtig was weg. Beim nächsten Mal. Jetzt geht es aber erstmal wieder nach Hause. Svantje hat genug frisches Gemüse für die Küche zusammen. Die Sonnenblumen gehören zum Garten von Tina und Hartmut. Auch sie kommen aus der Stadt und können hier abschalten. Ankommen, runterfahren, ackern, wirklich die Kräuter oder die Beikräuter rauszupfeln. Man denkt gar nicht mehr an Arbeit. Das ist super. Ich leite ein Mutter-Kind-Haus. Wir arbeiten mit Müttern, die ihre Kinder nicht allein zu Hause großziehen können. Hier wollen wir noch ein paar Möhrchen ernten. Tina ist schon dabei. Gucken wir mal. Während der Erntezeit brauchen sie kein Gemüse aus dem Supermarkt zu kaufen. Ein Hobby, was man aufessen kann. Das ist einfach super. Das ist einfach wunderschön hier und entspannt und lecker und gesund und macht einfach total Spaß. Ich habe fast das Gefühl, dass die Radieschen noch brauchen. Die Steckrüben dagegen sind schon überreif. In Badenhausen am Harz geht es vor dem Mittagessen auf die Ackerflächen. Milchbauer Johannes will seinen Azubis noch einmal das Wichtigste in Sachen Kleegras Ernte erklären. So Basti, Silas kommt auch schon. Dann sind wir alle zusammen. Passt sich ja die super. Also jetzt kann man hier, wir können ja hier mal gucken, da wo wir gemäht haben. Hat er einen Zollstock? Ja. Gut. Also wie immer, wir wollen zwischen 8 und 10 Zentimeter mähen. Wir mähen jetzt hier auf der Stelle hier gerade auf 9. Hier sind es 8. 8, das passt soweit. Also wenn wir zu tief mähen, können wir ein bisschen Dreck mit reinbekommen. Das stört alles den Silvierprozess. Aber bei mir sind es ja das wenigste Dreck, den wir dazubekommen. Das kommt dann erst beim Wenden, wenn wir hier mit dem Wender so in der Erde rumkratzen. Das tut immer nicht Not. Oder beim Schwaden. Also jetzt, das passt soweit. So, dann können wir uns mal das Futter schnell angucken. Das hier ist Kleegras. Den ist jetzt der fünfte Schnitt dieses Jahr. Das ist echt ergiebig. Und wie man da sehen kann, zu, keine Ahnung, 85% nur Klee. Der Klee kommt jetzt in die Blüte. Er ist noch nicht, ein Teil der Pflanzen ist schon in der Blüte. Aber wie man hier sieht, kommt jetzt noch eine Blüte raus. Und wir wollen immer möglichst vor der Blüte oder gerade zu Beginn der Blüte. Und einfach aus dem Grund, dass wir da noch am meisten Energie drin haben. Hier ist jetzt viel Eiweiß drin und ja, fünfter Schnitt, das ist super. Tolles Futter, können wir bei den Kühen mit in die Ration mischen oder eben für die Rinder. Er ist noch jung, er ist noch sehr verbunden. Also mein Chef vom letzten Jahr, der konnte auch super erklären. Da hatte es eine super Ahnung vom Landbau, vom Ackerlandbau. Aber man hat gemerkt, dass er schon kurz vor die 60 ist und nicht 25. Jetzt merkt man schon den Unterschied, wie er dann erklärt. Aber so macht Johannes schon seinen Job gut. Also er erklärt schon wirklich, finde ich, sehr verständlich und gibt sich sehr Mühe dabei. Es ist nicht bei jedem Chef gegeben, das merkt man dann schon. Also ich bin zufrieden hier mit Johannes. Man lernt genug. Wir fahren einmal Wildschaden gucken beim Mais, dass wir da mal ein bisschen abschätzen können, ob wir da mit dem Profi noch mal rein müssen, um ein bisschen was zu schätzen oder ob wir uns da selber einig werden. Hallo. Aufgabenteilung vor dem Mittagessen. Die Azubis Silas und Lukas übernehmen das Mähen und Wenden vom Kleegras. Johannes und Basti schauen, was die Wildschweine im Maisfeld angerichtet haben. So, Basti. Ich würde mal sagen, ein schickes Wohnzimmer, ne? Mhm. Ja, guck mal, wenn wir jetzt bei der Spurensicherung wären, dann könnte man jetzt sagen, die waren hier vielleicht heute Nacht, ne? Weil das sieht gar nicht so alt aus. Ja. Aber wir sind nicht bei der Spurensicherung. Ja, dann müssen wir vielleicht mal auf Jacht gehen hier hinten, ne? Wahnsinn. Guck mal, hier können die langlaufen, überall. Vorne haben sie auch gebuddelt. Ja, gut. Ist halt so. Leben und leben lassen, ne? So, nicht nur die Wildschweine haben Schmach, sondern wir auch, ne? Dann müssen wir langsam Mittagessen. Ja. Na dann, Abfahrt. Träumen wir die anderen zusammen und dann geht's los. Ein Dschungel hier, ey. Auf dem Mühlenhof in Zeppelin läuft die Bio-Landpartie. Die meisten Kollegen arbeiten aber wie immer. Köchin Doreen Lorenz versorgt sie alle mit hoffentlich noch warmen Essen. Normalerweise kocht Doreen in der betriebseigenen Küche. Heute aber hat sie die Bio-Bratwürste von den eigenen Hofrindern mit dabei. Stress ist eigentlich, wenn ich dann koche. Also, ne? Dann habe ich dann alles im Kopf, wie viele Leute und kriege das alles noch rechtzeitig hin. Das ist dann Stress, ne? Und dann musst du ja dann auch alles fertig machen, und vorbereiten. So, wenn ich dann nachher im Auto sitze und das rausbringe, sag ich jetzt mal, dann ist das für mich wie so, ich kann abschalten. Und dann nachher die Jungs dann zum Essen, wo man dann sagt, super, ne? Freuen sich, es schmeckt denen, ne? Also, so lange, wie ich jetzt koche, sag ich jetzt mal, gab es noch nicht eine Beschwerde. Die Männer bereiten gerade die Felder für die Herbstbestellung vor. Drillen, pflügen, säen, auch am Wochenende. Jedes Getreide hat seine Zeit. Der Roggen muss jetzt in den Boden. Momentan spielt das Wetter gut mit. Die Pause zwischendurch ist wichtig. Nicht nur, um den Hunger zu stillen. Auf dem Trecker sind sie allein. Ziehen Furchen stundenlang. Fällt hoch, fällt runter. Beim Essen sehen sie mal die Kollegen und können sich die Beine vertreten. Naja, die sitzen den ganzen Tag mit dem Arsch auf dem Trecker, sag ich jetzt mal. Und dann müssen sie auch was Vernünftiges essen. Also nicht nur Fastfood, sag ich jetzt mal, sondern halt auch mal Kartoffeln. Also, dass sie halt wirklich was Vernünftiges essen. Bei der Bioland-Partie an der Mühle gibt es keine Mittagspause. Vor allem die Kinder sind unentwegt dabei. Tollen rum oder probieren sich beim Nähten aus. Benedikt Glei ist mittendrin, wie früher in seiner Kinderzeit. Jetzt hat es mir ja so und dann mit den Fingern so runter. Und dann kommt da richtig was raus. Okay. Ich krieg nur ein paar Treppen. Aber von oben nach unten. Und ihr müsst euch immer vorstellen, am Ende darf das der Kuh auch nicht wehtun. Sonst wird euch die wegstoßen irgendwann. Das ist keine echte Kuh. Ach komm. Ich hab mir gedacht, das ist eine echte Kuh hier. Melken kann eine ganz meditative Tätigkeit sein. Das ist ganz was Schönes. Wenn man mit den Eltern, aber auch mit den Kindern ins Gespräch kommt über Landwirtschaft, dann wollen wir hier ein positives Bild vermitteln und zeigen, wie wir produzieren, wie wir Lebensmittel erzeugen. Und dass es am Ende ein ganz spannender und attraktiver Beruf ist, was Schönes ist. Und wenn wir das an so einem Tag ein bisschen vermitteln können, dann freut uns das. Deshalb macht der Mühlenhof bei der nächsten Bioland-Partie auf jeden Fall wieder mit. In den Biogärten in Ochsenwerder gibt es Nachwuchs. Der heißt Noah und schläft gerade bei Mama Daniela in der Babytrage. Gucken, was unsere schönen Kartoffeln heute machen. Jan Simon ist Bauleiter. Eier suchen hier. Es ist ihre zweite Parzellensaison. Da sind sie. Guter Boden. Haben wir lange für gearbeitet und gepflegt und die ganzen Kartoffelkäfer abgeerntet. Nur Pflanzen der Gartenrei Sannmann dürfen hier in den Acker. Wir machen ja hier alles in Demeter-Qualität, also ungespritzt und ohne irgendwelche Pestizide. Das ist schon auch jetzt gerade so mit Nachwuchs und gesunder Ernährung ist das schon wirklich einfach Mega-Qualität, die man hier rausbekommt. Und wenn man so hier sieht, hier versteckt sich zum Beispiel noch so eine Zucchini, die ich vergessen habe. Die können wir dann nachher noch ernten. Und da werden wir dann eine schöne Suppe oder irgendwas draus kochen. Seit der jetzt im Juli da ist, war ich jetzt tatsächlich gar nicht mehr mit da, sondern das erste Mal heute. Und bin auch erstaunt, dass das noch gut alles zu ernten ist jetzt. Und freue mich, das jetzt dann auch alles wieder schön zu verkochen und zu verwerten. Und ja, sind wir wieder sehr glücklich und dankbar über diesen leckeren Gemüse-Acker hier. Ich will mal nach dem Rotkohl gucken. Der scheint in diesem Jahr nicht so gut zu wachsen. Ich muss jetzt mal hier drunter. Oh, jetzt ist ein Ohr aufgewacht. Der muss auch gleich wieder in Schatten. Ja. Was haben wir da? Unseren Rotkohl. Ja, nicht so. Der Rotkohl hat eine Krankheit. Kommt nix mehr. Der wird nix mehr. Das ist ein Pilz. Der befällt die Wurzeln. Und dann gehört eigentlich in Hausmüll. Gleich gegenüber haben zwei Arbeitskolleginnen ihre Leidenschaft fürs Gärtnern entdeckt. Eine Steckrübe XXL kommt dabei heraus. Die kann man ja schön im Keller lagern. Kühl und trocken. Und dann halten die den ganzen Winter über. Auch schon erntereif. Weiße und rote Radieschen. Naja, zum Wegschnabulieren. Oh, guck mal. Oh. Hui. Allmählich kann Annika die Arbeit genießen. Ich hatte die ersten Wochen so einen Muskelkater wie noch nie in meinem Leben. Ehrlich, völlig ungewohnte Bewegung, immer rumzupumeln. Aber wenn man da die Erträge mit nach Hause nimmt, ist so geil. Das ist echt toll. Conny gönnt sich mal eine kleine Pause. Sie berät die Hobbygärtner noch bis November. Dann ist Saisonende. Saisonende. Vielen Dank.